Ausgangspunkt ist diesmal Donald Trump, beziehungsweise ein Ausschnitt aus der Late-Night-Show von John Oliver. Der ist schon ein bisschen älter, von 2016, kurz bevor Trump Präsident wurde. Und John Oliver legt hier dar, dass Trumps Vorfahren aus Deutschland kamen und früher Drumpf hießen, beziehungsweise deutsch ausgesprochen Drumpf. Und das klingt in amerikanischen Ohren natürlich witzig, vor allem natürlich das PF am Ende. Und auch wenn die Änderung des Namens wohl schon mehrere Jahrhunderte zurückliegt, stammen Trumps Großeltern tatsächlich aus Deutschland. Genauer gesagt aus Kallstadt, das ist eine Gemeinde im Südosten von Rheinland-Pfalz, bei Bad Dürkheim, nicht weit von Mannheim entfernt. Ich komme dann am Ende nochmal auf Drumpf zurück, jetzt wollen wir uns aber erstmal diese Variation von P und PF genauer anschauen. Denn dieses PF, ja, ist eine typisch deutsche Sache, könnte man sagen. Wir haben viele deutsch-englische Wortpaare, die sich genau darin unterscheiden, also eben P und PF, vor allem im Anlaut, aber eben nicht nur. Denn im Englischen kommt diese sogenannte Afrikate nicht vor, wie in vielen anderen Sprachen auch, außer eben vielleicht in Lehnwörtern oder eben in Namen. Verantwortlich für diesen Unterschied ist die sogenannte zweite Lautverschiebung, die ungefähr vom 5. bis zum 8. Jahrhundert stattgefunden hat. Die wird auch hochdeutsche Lautverschiebung genannt, denn im Niederdeutschen und in den anderen germanischen Sprachen wurde sie nicht durchgeführt. Zur indoeuropäischen Sprachfamilie habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht, falls ihr euch das anschauen wollt. Die Bedeutung der zweiten Lautverschiebung ist auch deshalb so groß, weil sie in den verschiedenen Dialektgebieten unterschiedlich stark durchgeführt wurde. Dazu dann gleich mehr. Der wichtigste Teil der zweiten Lautverschiebung ist die sogenannte Tenues-Verschiebung, also die Verschiebung der stimmlosen Plosive P-T-K. Und die waren ja auch schon von der ersten Lautverschiebung betroffen, also es war eine stressige Zeit für die, könnte man sagen. Ähm, auch zur ersten Lautverschiebung und zum Wernerschen Gesetz habe ich schon mal ein Video gemacht. Schauen wir uns die Tenues-Verschiebung mal genau an. Die stimmlosen Plosive wurden also entweder zur Afrikate oder aber zu einem Doppelfrikativ verschoben. Wann tauchte nun aber die Afrikate und wann der Frikativ auf? Das ist von der Stellung im Wort abhängig. Am leichtesten ist das nachzuvollziehen, wenn man das heutige Englisch und das heutige Deutsch vergleicht, wie wir das ja vorhin schon getan haben. Im Anlaut wurde P zu PF. Aber auch dann, wenn im Germanischen eine Geminate, ein langer Konsonant, vorhanden war. Und auch postkonsonantisch haben wir die Afrikate. Das PF wurde allerdings meist nach Liquid, also L oder R, noch zum Frikativ vereinfacht. Denn wir sagen ja nicht Helfen, sondern Helfen. In den anderen Positionen wurde direkt zum Frikativ verschoben, wie der Vergleich von Open und Offen zeigt. Zunächst war dies ein Doppelfrikativ, also wiederum eine Geminate. Nach Langvokal, Diphthong oder im Ausland verschwand diese aber direkt. Auf die Geminate gehe ich jetzt aber nicht weiter ein. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Vielleicht fragt ihr euch nun, wenn sich das P immer verschoben hat, warum gibt es dann überhaupt noch im heutigen Deutsch Wörter mit einfachem P? Wie zum Beispiel Pause. Denn in der zweiten Lautverschiebung hätte es ja zu Ppause verschoben werden müssen. Die Antwort? Entlehnung. In solchen Fällen kann man davon ausgehen, dass das Wort dann später, also nach der zweiten Lautverschiebung, entlehnt wurde. Im Fall von Pause etwa aus dem Altfranzösischen. Und auch aus dem Niederdeutschen kamen natürlich viele Wörter, zum Beispiel Pampe oder Pulen, denn dort hat die Verschiebung ja nicht stattgefunden. Spannend finde ich vor allem so Begriffspaare wie Piepen und Pfeifen, die sich dann direkt gegenüberstehen. Und wo wir gerade dabei sind, beziehungsweise vorhin ja schon bei Namen waren, auch bei Pfeifer und Pieper ist es so. Die haben denselben Ursprung. Hier sehen wir mal die Karte für Pfeifer. Wir sehen, die ist im Süden deutlich häufiger, also die verschobene Form. Bei Pieper, die unverschobene Form, ist es nicht so. Die ist hingegen im Norden häufiger. Genauso übrigens auch bei der Form mit einfachem I. Aber jetzt zu den beiden anderen Plossiven. Auch das germanische T wurde zur Afrikate Z verschoben, wenn es im Anlaut in Alter Geminate oder nach Konsonant stand. Zu Katze Salz. Ansonsten aber erfolgte die Verschiebung zum S. K wird postvokalisch zum Ach-Laut verschoben, den wir heute mit CH verschriften. Die Verschiebung zur Afrikate hat im Oberdeutschen zwar auch stattgefunden, wurde später aber wieder zurückgedrängt, sodass sie sich im Standarddeutschen nicht durchgesetzt hat. Englisch cold und Deutsch kalt unterscheiden sich ja nicht im Anlaut. Nur in Teilen des Alemannischen, vor allem in der Schweiz, und des Südbayerischen wird die Afrikate realisiert. Kralt. Das sehen wir auch auf dieser Karte. Hier sind Kind und Knecht die entsprechenden Kennwörter. Alle anderen Verschiebungen haben im restlichen oberdeutschen Raum stattgefunden. Diese Formen sind also in Standarddeutsche eingegangen. Im Niederdeutschen wurde wie im Englischen nichts verschoben. Hier heißt es also Tiet, Water, Schlappen und so weiter. Die Isoglosse, die sprachliche Grenze zwischen dem Nieder- und dem Hochdeutschen, ist die sogenannte Benrater-Linie, benannt nach einem Ortsteil von Düsseldorf. Im Mitteldeutschen hat die Verschiebung zum Teil stattgefunden. Also manche Wörter sind verschoben, andere nicht. Insbesondere im Westmitteldeutschen ist es interessant. Das ist auf dieser Karte auch stark vereinfacht dargestellt. Hier sehen wir diesen sogenannten rheinischen Fächer etwas genauer. Und da kommen wir jetzt auch endlich wieder zu Trump bzw. Trumpf zurück. Kalstadt ist nämlich dem Rheinfränkischen zuzuordnen, also dem Mitteldeutschen. Es liegt aber, wie man hier sehen kann, nicht weit zur Grenze zum Oberdeutschen, nicht weit zur Appel-Apfel-Linie oder auch Speyerer-Linie. Ja, und gerade in diesem Bereich ist natürlich viel Variation zwischen den verschobenen und den unverschobenen Formen zu erwarten. Und so kann auch so eine Veränderung in einem Namen zustande kommen. Wobei man sagen muss, das haben wir bei Namen sowieso immer relativ häufig. Insofern ist da ehrlich gesagt jetzt das Trump-Beispiel vielleicht gar kein so gutes gewesen, aber halt ein sehr schönes. Zum Schluss nochmal die Übersicht. Also, das sind alle Verschiebungen der Tenors-Verschiebung. Sie fanden mit nur wenigen Ausnahmen statt. Das Englische diente mir hier jetzt als Repräsentant für den germanischen Lautstand. Das Neuhochdeutsche für den althochdeutschen Lautstand. Einfach, weil das so besser nachvollziehbar war. Dieser Blick aus der Gegenwart ist aber immer ein bisschen heikel, weil sich die Sprachen natürlich im Laufe der Zeit weiter verändert haben. Auch deshalb möchte ich jetzt noch einen der ältesten Belege für die zweite Lautverschiebung zeigen. Nämlich auf einer Lanzenspitze aus dem späten 6. oder frühen 7. Jahrhundert, die in Wurmlingen gefunden wurde. Ein Ort bei Tuttlingen in Baden-Württemberg. Hierauf sind Runen zu sehen. Und wenn wir das in die lateinische Schrift übertragen, kommt hier das Wort Dorich heraus. Und man vermutet stark, dass das ein Personenname war, ähnlich wie wir heute Friedrich haben. Wir sehen also, dass sich das auslautende K hier schon verschoben hat. Und den Unterschied sehen wir ja heute noch, wenn wir Friedrich und Frederik miteinander vergleichen. Und um den Bogen nochmal zurück zu Trump zu schlagen, zufälligerweise hieß sein Großvater Friedrich. Er wanderte 1885 von Kallstadt in die USA aus, wo sein Name dann zu Frederick anglisiert wurde, was natürlich für die Amerikaner einfacher auszusprechen war. Tja, auch im Vornamen ist so die zweite Lautverschiebung nicht mehr sichtbar. Ich hoffe aber, ich konnte sie für euch übersichtlich darstellen und mit einigen interessanten Informationen auftrumpfen. zufälligerweise und mit einigen interessantendiagnost ownerer aus der Nähe der Zeit des Täu ROSS-Lösen-Gene und mit einigen interessanten Auß-Lösen-Gene zufälligerweise Vielen Dank.